Hi guys! I'm welcome to a new video. My name is SJHard. Thank you for watching! So Leute, heute spielen wir ein neues Spiel, was ich gefunden habe. Und das wäre Paper.io, Liagario. Und ich finde, das ist so... Oh Gott, das Spiel ist so cool. Ich habe es gestern gefunden und ich habe es die ganze Zeit gespielt. Ohne Scheiße, jetzt für eine Stunde oder so. Ich finde es richtig cool. Ja, deswegen werden wir es heute spielen. Ich bin jetzt dieses lila-ne Dingsy. Und wie ihr seht, muss ich jetzt einfach hier rumgammeln und mir halt die meiste Fläche sichern. Ich hoffe, das macht Sinn. Andere können in mich reinfahren, ich kann auch in Andere reinfahren, aber nur solange du diesen hellen Strahl hast. Solange du in deinem Feld bist, dann halt nicht. Und ja, ich möchte einfach mal schauen, wie weit ich jetzt komme. Und ihr solltet das Spiel auf jeden Fall spielen. Das macht echt süchtig. Ich soll es dir sowas überhaupt nicht empfehlen. Aber, ähm, gerade bin ich voll bei... Häcki, Häcki, was tust du da? Der hat gerade ernsthaft meine Sachen gestohlen, ne? Ich stehe jetzt mit zurück. Oh mein Gott, er hat sich selbst so gebohrt. Okay. So, wir gehen jetzt einmal hier hoch. Ich bin gegen die Wand gefahren. Jetzt. So, jetzt bin ich so ein lila Navi da. Meine Lieblingsfarbe. Yo. Was geht bei dir? Kannst du mal bitte weggehen oder so? Ha! Ja, genau. Genau, legt euch nicht mit mir an. Legt euch einfach nicht mit mir an. Ist das okay? Cool. Ich liebe dieses Spiel. Hm. 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 Das Spiel ist so geil. Oh mein Gott. Jetzt werden wir ein bisschen davon nehmen. Wow, wow, wow. Der wollte gerade ernsthaft seine Sachen so... Der ist gerade in sich selbst langgefahren. Ha! Von mir stirbt man halt nicht. Mhm. Genau. Von jedem anderen sehr gerne, aber nicht von mir. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin Dritter. Ich finde, ich mach eigentlich gerade... Ich bin jetzt ja gerade sehr gut da dran und... Fuck. Ich dachte, ich könnte sie noch töten. Ey, die hätte mich locker noch töten können. Bam. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Stell dich mal vor, diese Leute schauen meine Videos und dann wissen die, dass ich das war und dann... würden sie mich hassen. Ups. Ich gewinn halt gerne. Was soll ich sagen? Und dieses Spiel ist halt... Wow, wow, wow. Auf Wiedersehen. Seht ihr? Ich sag euch. Von mir stirbt man einfach nicht. Okay. Auf jeden Fall. Mein Tag heute war sehr gut. Ich hatte eine Präsentation im College und super gelaufen. Musste dann noch mit dem Lehrer sprechen. War alles super. Haben mir dann halt einfach nur gesagt, wie ich so vorankomme. Und ja. Ist echt super. Geil, ne? Geil. Und ähm... Ja. Oh, voll peinlich, ne? Der eine aus meiner Klasse, ich kann das nicht im Englischen sagen, weil, ne? Logischerweise. Äh... Der schaut sich meine Videos an und dann meinte er halt zu mir, ich hab dein Video gestern gesehen. Schein, wie heißt er? Und ich so... Okay. Mhm. Und ähm... Ich weiß nicht. Er sagt mir die ganze Zeit, dass er meine Videos schaut und dass er es dann auch ausprobiert hat. Und das ist irgendwie generell ein bisschen komisch. Und... Ich weiß nicht, ne? Dann redet der noch da mit den Lehrern und meint so, ja, ich hab das Video so gesehen. Und die wissen gar nicht, worum es geht. Also ich mein, what the heck? Ich mein, die wissen, dass ich YouTube und so mache, weil ich denen das so erzählt habe. Und weil ich ja Videos fürs College da manchmal hochlade und so. Äh, äh... Er schaut sich ohne Scheiß meine Videos an. Ich find sowas... Und dann hat er mal so einen Kommentar geschrieben, irgendwie, ja, ich hab das Spiel jetzt auch gespielt und bla bla... Und ach, ne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hm. Keine Ahnung. Ich find sowas irgendwie voll... ...crazy. Äh, ja, aber egal. Ich kann's ihm ja nicht verbieten, ne? Ja, egal. Äh, auf jeden Fall. Sonst war mein Tag. Ich hatte, ähm, richtig geiles Essen wieder. Und ich denke, darüber nach gleich ne Pizza zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das grad schon gesagt hab, aber ich hab Hunger. Ey, das war überhaupt nicht fair, okay? Der ist einfach neu gekommen. Einfach so und dann war ich tot. Ich war so gut, ey. Ey, sowas find ich einfach nur... Shit. Okay. Wir... Das ist kein Problem. Wir holen uns das alles wieder zurück. Ich bin jetzt blau und, ähm... Was tust du da? Du hast es wieder versucht? Und du? Was machst du? Hm? Ich bin... Ey, ich bin so fies. Okay, los, schnell. Wir bauen hier schnell rum, bevor irgendjemand Neues kommt. Äh... Verdammt. Zu spät. Kein Problem, Leute. Kein Problem. Oh! Der hat sich selbst umgehört. Schnell, schnell, schnell bauen. Schnell hier rumessen, bevor... Da! Habt ihr's gesehen? Da war auch schon der nächste lilaner Mensch... Ding. Teil. Also, schnell hier einmal rumbauen. Hier einmal rüber. Ey, das Spiel ist so cool. Ey, was tust du? Tja. Wird gelaufen, ne? Jetzt muss ich hier eben schnell essen. Ich will nicht, dass gleich wieder jemand Neues kommt und mich dann isst. Wie gerade, ey. Das war sowas von Kacke. Ich war so weit. Und dann? Dann wurde ich gegessen. Das ist irgendwie mein Leben, ey. Ich werd immer von irgendjemandem... Oh! Hat sich wahrscheinlich rumgebracht. Geil! Ich werd immer irgendwie gegessen von irgendjemandem. Und gleich esse einfach. Hallo! Pinky! Was tust du da unten? Ey! Wir sind schon wieder vierter Platz! Geil! So soll's sein! Und jetzt gehen wir hier einmal... Boah! Ich dachte gerade ernsthaft, dass ich da runterkomme, ey. Hallo! Nein! Du musst dich schnell... Boah! Ich dachte gerade, der verbindet sich nicht schnell genug und dass dann jemand kommen würde und mich essen würde. Haha! Genau! Das dachte ich mir. Jetzt gehen wir einmal runter. Das wird ja immer besser, Mann! Ey! What the heck? Was machst du da? What the heck? Wow! Geh mal bitte weg! Hallo! Einfach wieder meine Sachen essen? Das geht ja mal gar nicht. Guck mal, der Pinke ist gut. Der ist ganz weit weg von mir. Der hat eh keinen Bock auf mich. Aber ich muss dich jetzt leider... Ich werde jetzt sowas von im Streit, ey. Guck mal, wir werden jetzt sowas streiten gleich, wenn er mich sieht. Wenn er das sieht, ne? Oh! Ich dachte gerade ohne... Guck mal, er wird eh sterben. Guck mal, er schafft es eh nicht mehr zurück. So, jetzt nehme ich deinen ganzen Platz hier schnell, bevor jemand Neues kommt. Und was tue ich? Nicht schnell genug weggehen. Okay, jetzt sind wir wieder dabei. Ich bin jetzt wieder pink. Das hier ist die allerletzte Runde. Boah! 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 Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann hätte ich nur gesagt so, okay. Wir müssen noch eine Runde... Kannst du mal bitte weggehen? Was soll das? Was? Was seid ihr alle so frech auf einmal? What the heck? Die sind halt jetzt auf einmal so frech, Leute. Warum? Warum seid ihr so frech? Hallo, du da? Tod. Ich werde dich in Ruhe lassen, Pinky, wenn du mich auch in Ruhe lässt. Ist das okay? Ist das ein Deal? Ich baue einfach um dich herum. Jetzt hier so. Und dann lässt du mich in Ruhe. Ich lass dich in Ruhe. Wir werden alle glücklich sein. Geil, oder? Du bist... Ich tot. Ich bin tot. Ne, Leute, das lass ich nicht auf mir sitzen. Noch einmal. Das ist jetzt die allerletzte Runde. So. So. Ich bin hier ganz alleine. Ne, da ist ein... Toll. Toll. Geil. Finde ich toll. So. Wir gehen jetzt hier einmal rum. Ich werde jetzt echt versuchen, das noch rauszureißen. Ich versuche alles, Leute. Nur für euch. Hallo? Gehst du mal bitte weg? Ha! Ich bin so fies, ey. Und du da? Was machst du, hm? Kommst mir auch ganz schön nah, ne? Ich hasse es, wenn Leute so auf die Pelle rücken, ey. Ich kann das nicht auf. Du da. Was tust du da? Ja, wenigstens ist er ja noch nicht in meinen Platz reingegangen. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Einen gelben? Und du? Was tust du da? Tot. Hm, hm, hm. Äh, okay. Ich bin dritte. Ich bin vierte. Aber wir haben voll die gleiche Farbe irgendwie. Wenn ich dich essen würde, wäre das schon lustig, oder? Find ich jetzt so. So. So, sorry. Ich musste das einfach tun. Hihiihihi. Ich geh lieber weg. Sonst gibt's hier gleich Streit, ey. Bams. Ich hab so ein Ohrwurm, ey. Das ist nicht mehr lustig. Ich kann nicht mehr. Okay, ich hab's auch tot. Jetzt haben wir da so ein Lilan. Den Lilan lass ich mal in Ruhe, weil ich keinen Bock auf Streit habe. So, jetzt gehen wir mal runter. Und wir gehen hier rein. Ey, Lila! Scheiße. Scheiß! Okay, Leute, ey, ich dachte, das war echt knapp. Das war knapp, ey. Na, du? So, Leute, wir haben hier gerade eine Party. Na, ich esse hier jetzt den gelben auf, weil ich das cool finde und es mir Spaß macht. Ey, wo ist der Lila denn hin? Der ist tot, ne? Cool. Boah, ich hatte gerade übel Schiss, dass da jemand gleich kommen würde. Krass. Krasse Kacke, ey. Guckt euch das an. Ich gehe richtig ab. Geil. Okay, jetzt essen wir hier noch ein bisschen Gelb auf, weil, warum nicht? Der Gelb ist eh weg. Dem interessiert das auch nicht mehr, was die hier machen mit ihm. Boah, blau. Weg da. Oh, der Gelb ist wieder da. Denkt sich jetzt auch nur so, Kacke, ey. Was tut die da? Ey, du da. Ich mich einfach so mega übelst freue. Ich bin so doof, ey. Ich bin so fies. Okay. Oh. Shit. Geht mal bitte alle weg, ja? Okay. Boah. Leute, Leute, Leute. Ich kann nicht, ey, das ist ja voll cool. Guckt euch das an. Ich bin Erste. Ich bin Erste. Cool. Ich möchte mal gerne wissen, wie viele Stunden man brauchen würde, um, ähm, das Ganze hier voll zu haben. Also das ganze Spielfeld. Was denkt ihr? Zwei Stunden? Eine Stunde? Ich hab kein Leben, ne? Dass ich mich sowas frage. Hallo? Nein! Nein! Okay, also ich war Erste. Oh. Oh. Ich hab einfach nicht mehr hingehen sollen. Egal. Ich war Erste. Ich bin ganz schön glücklich damit. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!